Meine LOL-Welt Taffi, wieso bist du so ein ungezogener Hund? Ich sag dir, bring mir die Pantuffeln. Wie oft soll ich dir noch sagen? Bring mir die Pantuffeln. Mama, ich hab die Nase voll. Mir ist langweilig. Ich glaube, du solltest etwas arbeiten. Gute Idee, aber wie? Komm mit, ich zeig es dir. Ich komme. Komm schneller. Hallo. Hallo. Weißt du noch, du hast mir gesagt, du bräuchtest einen Arbeiter? Guten Tag. Komm mal mit, junger Herr. Ich zeig dir alles. Das hier sind die Karussells. Das hier auch. Hier haben wir die Achterbahns. Und das ist unser bestes Stück. Ein Süßigkeitenautomat. Hier wirst du arbeiten. Wow, ein Süßigkeitenautomat. Ich kann jetzt so viel naschen, wie ich will. Deine Aufgabe ist es, die Süßigkeiten auszuteilen und darauf zu achten, dass alles funktioniert. Und dabei nichts zu essen. Das ist ja ein Job. Na gut. Ich versuche es. Ich schlafe erst mal. Schnell zum Süßigkeitenautomat. Schnell zum Süßigkeitenautomat. Ja, komm. Ich will ein Bonbon. Ich will auch ein Bonbon. Was? Eine Münze? Gleich. Hier. Ja, ich will ein Bonbon. Ich will auch spielen. Gib mir eine Münze. Bitte. Ist ja gar nicht schwer. Da sind keine Bonbons drin. Wie? Da waren doch viele drin. Tatsächlich ist leer. Ich bring noch was. Was? Ich will mein Geld zurück. Setzt euch. Ihr könnt einen Cocktail haben. Ich bin bald wieder da. Fertig. Hurra. Wie geht's dir? Siehst du nicht? Ich arbeite. Donut ist im Automat drin. Der wird mir doch alle Bonbons wegfressen. Wir müssen ihn rausholen. Es klappt nicht. Ich versuche auch reinzukommen. Ich glaube, ich stecke fest. Hilfe. 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 Ich stecke fest. Ich helfe dir. Danke. Ich versuche, Donut rauszubekommen. Ich glaube, ich habe ihn. Du hast uns so erschrocken, Donut. Hier hast du ein Bonbon. Wie geht's euch? Ich glaube, er hat es geschafft. Ich hätte nie gedacht, dass mit Süßigkeiten zu arbeiten so schwer sein könnte. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!